Willkommen liebe Zuschauer zu einer neuen Ausgabe des Agrarmagazins. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Diese Themen haben wir heute für Sie. Reaktionen nach Jamaika-Ende, Prämeotag nicht vergessen. Faule Rüben in der Miete, Entscheidungen zu Glyphosat, mehr Chancen durch Digitalisierung und Rapsanbau leicht eingeschränkt. Der Deutsche Bauernverband und der Deutsche Reifeisenverband haben betroffen auf das Scheitern der Jamaika-Sondierungen reagiert. Sie kritisieren, dass die Phase der politischen Unsicherheit weiter andauern werde. Dies gehe nicht zuletzt zu Lasten der Land- und Agrarwirtschaft, die auf klare Rahmenbedingungen angewiesen sei. Auch drohe eine Zeit der Unklarheit in der europäischen Agrarpolitik. Am 30.11. ist Prämeotag. Bis dahin müssen alle Bayer-Bonuspunkte ins System eingegeben werden. Die Bonusticker finden Sie auf den Etiketten der Pflanzenschutzmittel und beim Rapssaatgut. Lösen Sie einfach den oberen roten Bereich des Bonustickers ab. Auf der Rückseite finden Sie den Code, den Sie auf Ihr Kundenkonto buchen können. Die Bonuspunkte bleiben bis zu 36 Monate gültig. Allgemein werden in diesem Jahr erfreulich wenig faule Rüben registriert, meldet der Beratungsdienst Litz. Bei vereinzelten Fällen spielte am ehesten die späte Rübenfäule eine Rolle. Der Litz rät, vorhandene Fäulen korrekt zu diagnostizieren, um in Zukunft die richtigen Maßnahmen auf der jeweiligen Fläche ergreifen zu können. Vor diesem Hintergrund hat Litz die Online-Bestimmungshilfe Krankheiten und Schäden der Zuckerrübe bei den Mietenrüben deutlich erweitert. Eine erneute Abstimmung über die Wiederzulassung des Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffs Glyphosat ist für den 27. November angesetzt. Die Mitgliedstaaten werden dann im Berufungsausschuss darüber abstimmen. Sollte es wiederum zu keiner Entscheidung für oder gegen eine erneute Zulassung kommen, hätte die Kommission nach wie vor die Möglichkeit, die Zulassung alleine zu erteilen. Die Landwirtschaft ist zunehmend offen für neue digitale Angebote. Das geht aus einer Befragung der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft hervor. Vorrangig möchten die Landwirte die innovative Technologie nutzen, um ihre Produktionsprozesse zu optimieren. Praktischen Einsatz finden bereits Einzelanwendungen wie die Unkräuterbestimmung und Empfehlungen für den Pflanzenbau. Cloud-Software ist bisher weniger weit verbreitet. Ungünstige Witterungsbedingungen haben in Deutschland die Rapsaussaat im Herbst 2017 spürbar beeinträchtigt. Allerdings auf recht hohem Niveau. Dies geht aus einer Befragung des Marktforschungsunternehmens Kleffmann Group hervor. Die diesjährige Aussaatfläche betrug bei Winterraps rund 1,3 Millionen Hektar. Das sind knapp zwei Prozent weniger als im Anbaujahr zuvor. Besonders stark gingen die Flächen in den Hauptanbauländern Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zurück. In einer Umfrage nannten die Landwirte schlechte Witterungsbedingungen zur Saatzeit und die Fruchtfolgeplanung als Hauptgründe. Liebe Zuschauer, das waren die Themen der heutigen Sendung. Informationen zum Wetter und Wetterwarnhinweise für Ihre Postleitzahl finden Sie wie gewohnt auf unserer Homepage oder Sie laden sich unsere Agrarwetter-App herunter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Bayer. Science for a better life.